Christina Henni und Luca Henni sind zum ersten Mal Eltern geworden. Auf Instagram hat das Let's Dance Traumpaar die Geburt seines Babys mit einem süßen Schwarz-Weiß-Foto verkündet. Unsere Familienband hat eine neue Bandleaderin, schreiben die Hennis dazu. Herzlichen Glückwunsch! Liebe Christina und lieber Luca freuen uns über diese wunderbare Nachricht, kommentiert Let's Dance-Kollege Massimo Sinato. Wie schön! Herzlichen Glückwunsch! Genießt diese besonderen allerersten Tage. schreibt Jana Schölermann, die selbst erst kürzlich ihr zweites Kind zur Welt brachte. Weitere Glückwünsche gibt es von den ehemaligen Promi-Teilnehmerinnen und Teilnehmern Pascal Pommes, Hens, Lillipol Roncalli und Sharon Batiste. Kennengelernt haben sich Christina und Luca Henni 2020 in der 13. Staffel von Let's Dance. Wenige Monate nach der RTL-Tanzshow gaben sie bekannt, in einer Beziehung zu sein. Im Sommer 2023 haben die beiden geheiratet. Kurz vor Weihnachten gab das Paar die Schwangerschaft bekannt.